Servus Leute, heute zeige ich die letzten 60 Sekunden eines wirklich wilden Spiels, ungeschnitten, Ausgangslage, es steht 3-2 in der letzten Minute und dann kriegt der Gegner nochmal einen Freistoß. Ich will aber nicht zu viel erzählen und danach zeige ich euch nochmal die Szenen davor. Let's go, viel Spaß! Warte, warte, warte! Warte, warte! Statt, Profi! Statt, Profi! Nein! Profi, Mann! Ja! Du bist allerbeste, Vika! Du bist allerbeste, Mann! Du bist der allerbeste! Du bist der allerbeste, Mann! Hey, Afteilung! Erster Pfosten gesetzen! Jungs, erste Pfosten, zweite Pfosten! Jungs, erste Pfosten, zweite Pfosten! Nein! 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 Inne, inne! Warte! Wir haben die Jungs! Hin! Ja! Ja! Nein! Nein! Ja! 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 So, und jetzt noch viel versprochen! Die anderen Zähne! Paarинки! Wiste am schlimmsten, Hey Boppi! Hey Boppi! Boppi, du bist der allerbeste! Komm mal wieder!